So meine Freunde, wir sind mitten in der Festival-Saison, deswegen darf ein Festival-Outfit hier auf meinem Kanal nicht fehlen. Ich gehe zwar dieses Jahr auf kein Festival mehr, aber das ist doch egal. Es dient ja als Inspiration für euch. Diese Jeans schaut jetzt noch etwas unscheinbar aus, aber ich ziehe es jetzt mal an und dann werdet ihr schon wissen, was ich meine. So, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber diese Hose schreit einfach nach Festivals. Was passt noch perfekt zu Festivals? Richte Cowboy-Boots und die habe ich zufälligerweise auch. Muss ich dazu noch was sagen? Das sieht einfach super cool aus. So, noch ein Oberteil. Ich finde, besser geht's gar nicht. Tasche und Accessoires hole ich jetzt noch. Ich habe jetzt meinen goldenen Schmuck zu silberen Schmuck umgetauscht und es sieht besser aus. Also ich finde, das ist ein ziemlich cooles Festival-Outfit, aber eigentlich, finde ich, gehört da noch eine hellblaue Tasche dazu. Die habe ich leider nicht. Die muss ich mir noch kaufen. Aber so ist es ganz süß, finde ich. Wie findet ihr es? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Tschüss!